Letztes Mal in Scarlet Nexus Ich glaube, das liegt an was anderem. Wir haben ja schon so ein paar Hinweise bekommen. Und wenn du dich nicht ganz so dämlich anstellen würdest, Joetal, dann wirst du das auch schon lange mitbekommen, verdammt nochmal. Und nun zurück zu den anderen. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Scarlet Nexus. Beim letzten Mal haben wir eine Vertrauens-Episode mit Hanabi abgeschlossen. Diese hat auch eine Mission enthalten. Wir haben noch einmal das alte Krankenhaus besucht. Oder was heißt das alte? Das Krankenhaus selbst besucht. Und haben Hanabi dabei geholfen, einen Sinn zu finden, weiter zu kämpfen. Und das ist doch was, oder? Sie sendet auch immer wieder sehr eindeutige Signale an unseren Yui-To hier. Der ist aber wirklich so schwer von Begriff, dass das einfach nicht ankommt, obwohl wir es schon lange alle verstanden haben. In dieser Folge geht es weiter mit Vertrauens-Episode und ich bin sehr geneigt, hier mit Kasane eine Vertrauens-Episode zu bestreiten. Denn das hatten wir bisher relativ selten und das finde ich schon interessant. Ich möchte auf jeden Fall mehr über sie erfahren. Äh, schau mal wer da spricht. Hä? Was ist? Deine Existenz. Erstens seien du als jemand trivial. jemand, der nicht nutzvoll oder schrecklich wäre. Aber du bist nur eine gute Person. Eine Qualität, die ich gelernt habe, nicht zu lieben. Boah, beruhigt mich ein bisschen. Vertrauensstufe 2 mit Kasane erreicht. Okay. Ein höheres SES-Erholungstempo. Ja, ähm, die Fähigkeiten. Mit dem neuen Team, mit Kasanes Team, welches sich kürzlich uns angeschlossen hat, die müssen wir ja noch freischalten. Also, äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt irgendwo so zwischen der Hälfte und zwei Drittel von New Age of Story angelangt sind, möglicherweise. Ich bin ein bisschen über dich. Was? Ich sehe. Ähm, danke. Ja, wir nutzen jetzt euer Versteck. Dann können wir leichter kommunizieren. Eine Vertrauens-Episode, bitte. Ähm, denkst du, wir können für einen Moment reden, Kasane? Sure, was ist das? Ich wollte nur, danke dir sagen. Ich schaue dir mein Leben. Du schaust mir dein Leben? Ich weiß nicht, was du meinst. Sie ist nur so blöd wie immer. Du weißt, ich habe das eigentlich irgendwie über sie gebraucht. Bezieht er sich gerade auf die Tatsache, dass er Erinnerungen hat, dass er in früher Kindheit schon mal von Kasane gerettet wurde? Weil, dann könnte sie jetzt tatsächlich nicht wissen, um was es geht, wenn sie diese Zeitreise erst in der Zukunft unternommen hat und dann erst in ihr zukünftiges Ich erst zurückgesprungen ist, um ihn zu retten, weiß sie das ja jetzt noch nicht. Ich schweife ab, oder? Oh, du weißt, bei Arahabaki. Du hast mich geschehen, wenn ich mir fast meine Erinnerung verloren habe. Ah, ich habe gedacht, es wird komplexer. Ich bin schon wieder viel zu weit vorausgesprungen. Ja, ich merke schon. Oh, eigentlich, es war nicht nur ich, es war Hanabi und alle uns. Ich bin froh, für alle, aber die einzige Grund, dass alle da in der ersten Stelle war, war weil du sie bringst. Ja, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Okay, ich bin froh, ich bin froh. Ja, es bedeutet viel. Du weißt, es ist irgendwie weird, zu sprechen, normalerweise so zu sprechen. Es ist irgendwie weird, zu sprechen? Ich meine, wir waren innen, und jetzt sind wir zusammen. Leben ist sicher voll von strange, unerwarteten Dingen. Das hat sich ja auch glücklicherweise bewiesen. Ja, da hat sie nicht ganz Unrecht, ne? Ich meine, sie ist ja wirklich eine von den, ähm, wie hießen sie noch gleich? Ähm, na? Ach, wie war es denn jetzt gleich? Ähm, pappappappappapp. Äh, na, hier irgendwie diese, diese, ähm, Kinder da, diese Geschaffenen. Und unsere Kräfte sind ja auch künstlich, von daher, ähm. Wenn ich das Wort Fade höre, klingt es einfach wie etwas, was uns gegeben hat. Oh, das ist nicht wirklich was ich meine, aber ich sehe, wie es so klingt. Wenn ich das Wort Fade fühle, ich denke, wie etwas von einem Vergangenen Leben, oder wie es ein strange Power ist. Aber, ja, ich fühle mich einfach nicht, dass ich das entstanden habe. Was hast du gesagt? Fade scheint, wie etwas zu uns gefordert, aber wir treffen und zusammen mit so vielen Menschen, die ganze Zeit. Alles, was zusammengefasst, macht mich, wie ich jetzt bin. So, like, my ability to choose is thanks to everyone. If that's what you mean, I feel the same. If I were by myself, I wouldn't have been able to choose this path. I haven't told you yet, have I? That my sister Naomi is dead. Was? Was? Aber, wir haben doch vor gar nicht allzu langer Zeit noch kurz drüber gesprochen, ob wir das nicht rückgängig machen können. Also, ich hatte drüber gesprochen, ob hier vielleicht nicht, ähm, sich im Verlauf des Spiels einen Weg auftut, die Verwandlung in einen anderen wieder rückgängig zu machen und... Ach nein, oder? Die haben doch nicht wirklich Naomi ausgelöscht. Was? Sie... Was ist passiert? Sie hat mich geworfen, als wir gegen Togetsu kämpfen. Sie hat mich immer wieder geholfen, immer wieder zu Ende. Huh? Was? Ich... Ich... Ich bin sorry. Ich bin sorry, ich bin nicht da, um zu helfen. Ich wusste nicht, und... Es ist nichts für Sie zu überden, um zu überden. Ich habe nur gedacht, um es zu überden, als wir reden. Warte mal, eh? Es ist... Es ist... Was bedeutet, Naomi zu fokussieren, mich? Well, my sister, she really liked you. Oh, I'm flattered. I wish I had gotten to know her better. I'm sure knowing that would have made her really happy. It's hard when someone dies. Since I've joined OSF, I've lost so many people. It's shocking at first, but it really starts to sink in later. I'll never forget to see or talk to them again. ...wirkte bisher immer so relativ sinnlos. Yui-To ist dann wieder im Versteck und macht sich um nichts Gedanken und ist fröhlich. Und ich finde es schön, dass die Maske jetzt mal ein bisschen fällt. Before, I could always just use Braintalk to see and talk to them whenever I wanted. Even so, the time you spent together wasn't for nothing. You can remember them whenever you want. We can't let it be for nothing. You said so yourself. The people we meet and the relationships we build. That's what makes us who we are. You're right. I guess we just have to keep on living. Embracing the memories of those who've passed. I'm really glad I didn't lose my memory. Thanks again. I'm glad we talked. I feel better too. We should have another talk like this soon. We're back on the same team again. As long as it has some meaning, sure. I don't really like small talk. Hm, das wundert mich jetzt nicht. Kasani kam mir auch nicht so vor wie der Typ dafür. Hm, das ist fair enough. Looks like you're still you. I'm sure I'm glad we're working together again. Yes, me too. Kasani and I really haven't changed all that much. But now we can tell each other what we really think. Schön. Hey, I take back what I said. Hä, was hast du denn gesagt? Arashi told me that calling someone a good person isn't always a compliment. Okay. Hm. I think it's usually used as a compliment. Well, at least that's how I interpreted it. Oh. That's good then. Words are complicated. Thank you for taking mine at face value. Schön, Vertrauensstufe 3 mit Kasani erreicht. Kompovision. Gut. Auch sie kann das jetzt einsetzen. I think I understand you a little better now. Really? I'm happy to hear you say that. Ja, ich auch. Und jetzt können wir eigentlich bei der Gelegenheit gleich nochmal mit dem alten Mann hier losziehen. Mal gucken, ob wir ihm auch ein bisschen Freude machen können. Nach all den Informationen scheinen die Bürger und die Regierung zu verwirren. Und bei uns ist es mit den ganzen neuen Leuten ähnlich. Eine Vertrauens-Episode, bitte. Gemma, hast du einen Moment? Was ist das? Hat etwas passiert? Ich hatte Wataru über die Liste von rettierten Soldaten, nachdem wir über deinen Freund gesprochen haben. Ich habe gesagt, dass er erinnert war, seit ich dachte, dass das wichtig war. Ich bin sorry. Das ist okay. Niemand versucht, das zu schützen. Also, hast du nichts gefunden? Ich habe noch nicht geschaut. Ich dachte, dass du etwas wirst, wenn wir es zusammen schauen können. Ich werde die Daten jetzt auf dich. Das listss den aktuellen Status des Vertierenden OSF-Members. Ich sagte, dass er nur die Mitglieder der Vertierenden OSF-Members aufgerichtet sind. Also, ich bin sicher, dass dein Freund hier oben ist. Oh, ich habe ihn. Masaaki Fujikawa. Da gibt es sogar noch Details auf seine Leben. Warum ist die OSF-Members aufgerichtet so gut? Wait. Was? Was ist falsch? Das ist schrecklich. Look hier. Let's see. Shortly after entering the OSF-Members, Masaaki Fujikawa died? No. Hä? Warum soll er das dann... Warum sollte er das dann nicht wissen, wenn das so wäre? Ich habe es nicht. Wenn er in dem Hospital sterbe, würde seine Familie notifiziert werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, allerdings, der Meinung bin ich auch, weil das wüsste ich immer. Das wüsste ich immer mit Sicherheit. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja. Ja, ja. Aber wo genau befinden sie sich wirklich? Die wären doch nicht etwa Leute, die quasi in Pension gegangen sind, für Experimente dort missbrauchen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das würde mich nicht mal mehr überraschen hier. Ja, genau. Oh. Oh. Ja, das ist ja. Sie gehen nach und nach dem OSF-Hospital, um zu sehen, was sie vorliegen sind. Und ich habe ein strange Vehikel gefunden, das von dem Hospital zu Ceyron einmal in ein paar Zeit geht. Es gibt eigentlich einen jetzt. Ich kann es nicht vorstellen, dass sie jetzt mit Ceyron machen würden. Was machen sie jetzt? Ich weiß nicht, aber sie könnten die Patienten transferieren zu einer Facilität, die wir nicht wissen. Wir sollten das Fahrzeug anbauen, weil das unser einziger Weg ist. Sie müssen den Ries, wenn sie nach Ceyron gehen. Wir sollten ihn finden, wenn wir zu Mizuhigawa gehen. Ich werde sehen, ob ich mehr Informationen finden kann. Danke, dass ich mich zu Masaaki finden kann. Lass uns ihn bald finden. Allerdings... Wird das jetzt eine Mission, eine spielbare? Ja! Sehr gut. Aber... Eigentlich schlecht, weil wir waren immer noch nicht shoppen. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe gute Nachrichten, ihr zwei. Ich habe es geschafft, die Details des Fahrzeuges zu dem Fahrzeug, die von Suo durch seinen ID-Nummer zu eröffnen. Ich war richtig. Das Fahrzeug-Manifest listete Namen von Hospital-Patienten. Dein Freund Masaaki war auf dem. Dann ist er auf dem Fahrzeug. Ja, es gibt definitiv eine Chance an das. Es ist jetzt stoppt. Ich schreibe dir seine Location. Du musst da weg. Ne, doch mal los! Hey, da ist eine Ressource-Reading hier. Was willst du machen? Ach komm, dann gehen wir halt zurück und holen uns das noch. Vielleicht ist es ja was, was wir gebrauchen können. Leichtes Gelee! Ja, sehr schön. Das bringt uns schon mal ein bisschen weiter. Äh... Stimmt. Ich habe nicht damit... Ich habe einfach nicht daran gedacht, dass das ja jetzt auch eine Mission werden könnte. Und deswegen nicht ans Shoppen gedacht. Das war jetzt mein Fehler. Aber gut, ähm... Das werden wir wahrscheinlich noch grad so hinkriegen, hoffe ich. Und ansonsten... Werde ich zum Ende dieser Folge dann definitiv shoppen gehen. Äh... Und nicht wieder bis zur nächsten Aufnahme warten. Weil sonst passiert mir der ganze Quatsch wieder. Ich kenne mich. Gut, ähm... Hier ist unser Ziel. Mal gucken. Und da ist es weggesprungen. Hä, äh, äh... Mittleres Gelee. Sehr schön. Für eine Person, okay. Ah, das ist ganz sinnvoll. Äh... So, was haben wir hier eigentlich noch sonst so schönes? Psychokineser, Elektro-Kineser... Ähm... Lass uns doch mal Hyperskid anwenden. Das hält auch nicht lange an, aber es bringt zumindest ein bisschen was. Äh... Und... Jawoll! Das ist doch mal... Geil! Oh... Ups! Da wurden wir geschockt. Na, da wurden wir schon wieder geschockt. Hörst du wohl! Gut, Elektro-Kinese wird hier nichts bringen, vermute ich. Ja, das war ja irgendwie klar. Ähm... Ähm... Ja, nee. Dann... Lass uns doch mal Teleportation einsetzen. Dann kommen wir besser an die Gegner ran. Guti. Sehr schön. Ja, mal ein bisschen was ausprobieren. Aber diese... Verstärkte... Verstärkte Psychokinese finde ich geil. Das kommt richtig gut. So... Davon ist... Oh, hier gibt es einen Speicherpunkt und einen Shop. Das ist gut. Das ist verdammt gut. Dann gehen wir erst shoppen und dann speichern. Neues Produkt erhalten. Okay. Also erstmal hätte ich gern... Was habe ich an Geld? Uh... Ich habe gar nicht so viel Geld. Äh... Das ist jetzt natürlich doof. Ähm... Kann ich irgendwas sinnvoll verkaufen? Ähm... Die Gehornfeld-Ausrüstung geben ziemlich gut Kohle. Aber ich glaube, die würde ich lieber behalten. Ähm... Ich habe... Hm... Einiges an Waffen, die ich nicht zwingen brauche. Aber... Ich weiß jetzt nicht, welche equipped sind und welche nicht. Das ist blöd. Ähm... Das behalte ich auch mal alles. Schenke... Materialien. Ähm... Was ist denn, wenn ich hier alles verkaufe? Wo käme ich denn da raus? Weil teuer ist das Zeug ja jetzt eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Äh... Wir probieren es mal. Äh... Ja gut, es kommt schon ein bisschen was zusammen, ja. Ich würde das bisher viel davon haben. Aber... Ich muss halt bedenken, ich brauche das Zeug auch eigentlich für Geschenke zum Eintauschen, ne? Äh... Achttausend. Ne, 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 ähm... Die Auswahl wird zurückgesetzt, das ist okay. Ja, ne, ähm... Dann kann ich mir eigentlich nur... Mal ein paar Geles holen. Insgesamt... Ähm... Zwei Max-Geles, äh, vier mittlere Geles. Und dann haben wir noch für alle mal... Zwei mittlere Geles. Das wäre zumindest mal etwas, ähm... Das bestätige ich so, das nehme ich so mit. Gut. Äh, dann einmal speichern. Und dann ziehen wir weiter und gucken mal, ob wir Gemma hier helfen können. Bin gespannt. Das ist eine gute Frage, weil wir sind ja mitten auf dieser Baustelle. Was hatten die eigentlich mit dem Krankenhaus zu tun? Hoffentlich nicht zerstückelte Leichen, ha? Weil... Wir wissen ja, dass noch ein paar andere Fahrzeuge... Mit... Schädeln unterwegs sind. Das glaube ich nicht. Das hätte er mitbekommen, wenn das einfach nur Müllabfuhr gewesen wäre. Also, wieso sollten die den Müll hier auf der Baustelle abladen, anstatt auf einer Mülldeponie? Ja, sag ich doch. Ich weiß nicht, ob ich da reingucken will, Alter. Oh, fuck. Ich ahne Schlimmes. Tja, da müssen wir jetzt durch. Ich weiß nicht. Ach, das ist wirklich. Ich weiß nicht. Wie ist das? Wir haben den Krieg mal klein. Geh doch. War's das? Ja, sieht so aus. Oh, von wegen. Okay, ganz ruhig. You're using my power, Yui-to. My fault. If your body is against the burning fire, it'll drain your health, so be careful. Hey! I need your help. Damn. Okay. Well done. Okay. Nee, ich weiß nicht, ob Pyro hier was bringt. Was haben wir denn so schön? Oh, warte mal. Genau, warum eigentlich nicht? Okay. Kann ich jetzt gar nicht so einsetzen, wie ich mir das gedacht habe? Und komm. Komm. Jawohl. Der ist down. Sehr schön. Okay. Den anderen kriegen wir auch noch. Duplication. Probieren wir doch mal aus. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Ich bin auf dem Weak spot. Ja. Uh-huh. Das war nah. Das war nah. Tie. Tut. Hey. Oh. Damn. No problem. Ja, genau, brennen. Da haben wir ihn. Na also. Das glaube ich noch nicht so richtig. Ich kann mir das nicht vorstellen. Okay. Also es sind die Gehirne, es sind nicht zerstückelte Leichen, aber... Warum bringen sie die Gehirne? Sowohl hierher als auch ins Krankenhaus. Die Baustelle ist ja keine Forschungseinrichtung. Füttern die einfach nur umherstreifende Andere oder was ist hier los? Also tatsächlich ist er tatsächlich tot, inklusive vieler anderer. Und die werden einfach als im Krankenhaus in Behandlung verstorben angegeben und auseinandergenommen und die Hirne hierher geworfen? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, verständlich. Jederzeit, Mann. Shit, Alter, hier geht eine Scheiße ab. Was? Da ist etwas, was ich muss, was ich sagen. Was? Ich bin sorry, aber dein Bruder hat sich. Was? Was? Ja. Ich kann nicht die Details mit Ihnen, als es ist Klassiker. Aber er hat sich in der hospital und war in einer secreten Ort. Oh, ich bin froh, dass ich das höre. Ich bin froh. Ich bin froh. Wenn ich ihn nur noch später gefunden habe. Es ist okay. Bitte, dass ich mich auch entschuldigen, für dich kalt. Huh? Ich habe eigentlich ein Gespräch von meinem Bruder, nachdem ich mit Ihnen gesprochen habe, zu sagen, dass er sich in der hospital geholfen hat. Er hat mich nicht zu fragen, und dass er mich nicht beantwortet hat, dass er mich nicht beantwortet hat. Er hat auch seine eigenen Gefühle. Ich werde dir das Gespräch. Er... Er... Mein Bruder war dankbar für dich, für deine schweren Liebe. Für versuchen, ihn zu helfen, von der OSF zu helfen. Nachdem wir alles zusammengekommen haben, ich muss ihn nicht mit ihm reden, um ihn zu wissen, was er denkt. Gemma war immer da für mich, wunderschön und wunderschön. Masaaki... Es war mein Verständnis. Mein Bruder, meine Erinnerungen von dir sind immer da, zu helfen ihm. Mein Bruder hat gesagt, dass er bereit ist, um eine neue Leben zu entwickeln, frei von der Vergangenheit, wenn er aus dem Krankenhaus ist. Es war ein wenig. Es war ein wenig. Unfortunately... ... das nie passiert. Aber er hätte niemals diese Hoffnung, wenn es nicht für dich wäre. Danke für dich zu sagen. Ich bin glücklich, dass ich dich heute beendet habe. Auf Wiedersehen. Gemma? Er wusste, was ich versucht zu machen. Deine Geister waren nicht verbunden, aber deine Herz waren. Masaaki... Er ist grüßt? Entschuldigung. Wir müssen zurück nach der Erinnerung. Okay. What the fuck? Alter! Du bist doch eine coole Sau dafür, dass du ein alter Mann bist. Ich habe keinen Grund dafür. Andere Leute haben dich zu evtlern? Ja, die Jüngste fühlen wahrscheinlich ein altes Mann wie ich. Du bist doch eine coole Sau dafür, dass du ein alter Mann bist. Ich bin dran dran dran. Aber es kann trotzdem schmerzen. Also... Ich bin glücklich. Vertrauensstufe 4 mit Gemma erreicht. Und auch mit ihm bekommen wir die Angriffsvision. Das ist was es bedeutet, sich einen anderen zu vertrauen. Ja. Ich vertraue dir, dass ich meine Brücke habe. Wundervoll. Ähm... Damit hätten wir das auch. Ha! Alter! Hier geht eine Scheiße ab. Ich möchte hier so viele Leute mal ganz massiv verprügeln. Und wir sehen schon, in der nächsten Episode stehen uns mindestens zwei weitere Vertrauens-Episoden bevor. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Mal gucken, ob das auch wieder Missionen werden. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Und haut rein!